Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man soll die Rechte des Nachbarn einhalten. Das ist unser heutiges Thema, insha'Allah. Allah liebt es, dass wir eine gute Tat aufrichtig ausführen. Deswegen denkt daran, mit aufrichtiger Absicht für Allah zuzuhören. Bismillahirrahmanirrahim. Im Koran sagt Allah, der Erhabene, Es bedeutet, betet nur Allah an und gesellt ihm keinen Partner bei. Seid gütig zu euren Eltern und Verwandten. Zu den Weisen, den Armen, den Nachbarn, die euch nahestehen. Und den Nachbarn, die euch nicht nahestehen. Im Islam ist es sehr wichtig, den Nachbarn gut zu behandeln. Der Islam legt großen Wert darauf, dass man die Rechte seines Nachbarn achtet und nicht verletzt. In der Ayah kommt vor, Wal-Jari-Zhil-Qurba. Was ist mit diesen Nachbarn? Wer ist dieser Nachbar? Das ist derjenige, dessen Wohnung nahe zu dir ist. Also der in deiner Nähe wohnt. Das ist Al-Jaru-Zhil-Qurba. Wer ist Al-Jaru-Junub? Wer ist dieser? Also das ist derjenige, dessen Wohnung weiter von dir entfernt ist. Bis zu 40 Häusern zählt dieser noch als Nachbar, in alle Richtungen. Es wurde auch gesagt, dass Al-Jaru-Qurba derjenige ist, zu dem du eine Verwandtschaft hast. Wer ist Al-Jaru-Junub? Wir haben ja gesagt, es ist derjenige, der etwas weiter entfernt ist von dir. Der nicht nahe zu dir wohnt. Aber innerhalb von 40 Häusern. Diesen nennt man Al-Jaru-Junub. Es wurde gesagt, Al-Jaru-Junub ist auch jemand, oder ist jemand, mit dem du nicht verwandt bist. In jedem Fall hat man die Rechte des Nachbarn einzuhalten. Ob er jetzt nahe zu einem ist, oder etwas entfernter ist, oder ob er verwandt ist, oder nicht verwandt ist. Also es gibt einmal Al-Jaru Al-Qurba und Al-Jaru Al-Junub. Warum nennt man diesen Nachbarn, der etwas weiter weg ist, oder nach einigen Gelehrten, der nicht verwandt ist, warum nennt man ihn Al-Jaru Al-Junub? Man sagt in der arabischen Sprache, Ajna barrajul, also der Mann ist Junub geworden. Das bedeutet, dass er sich von bestimmten Dingen fernhalten muss, solange er in diesem Zustand ist. Junub nennt man jemanden, bei dem ein großer Hadass aufgetreten ist und die Pflichtgroßwaschung noch nicht vollzogen hat. In diesem Zustand muss er bestimmte religiöse Handlungen unterlassen. Er darf sie nicht durchführen, solange er in diesem Zustand ist. Er muss sich davon fernhalten. Deswegen nennt man ihn Junub. Also der Junub muss sich davon fernhalten, in diesem Zustand den Koran zu rezitieren, sich in der Moschee aufzuhalten, den Koran zu tragen, den Koran zu berühren, die Kaaba zu umkreisen, das Gebet zu verrichten. Solange er in diesem Zustand ist, muss er sich davon fernhalten. Und deswegen wird dieser Nachbar al-Jarul al-Junub genannt, also weil er etwas weiter entfernt ist, entweder verwandtschaftlich oder von der Entfernung her. Wir sind dazu angehalten, unseren Nachbarn gegenüber gütig zu sein. Ebenso gegenüber unseren Eltern, den Bedürftigen, Waisenkindern und den Verwandten. Das sind Prinzipien, zu denen uns unsere ehrenwerte Religion aufruft. Leider, leider, leider sehen wir heutzutage, dass sich die meisten Menschen nicht mehr daran halten. So wie es sein sollte. Sie halten sich nicht mehr daran. Und das birgt große Gefahren, die auf einen tiefgreifenden Zerfall hindeuten, von dem wir bereits einige Anzeichen in unserer heutigen Zeit sehen. Wie viele Menschen haben die Rechte ihrer Nachbarn vernachlässigt? Mehr noch, wie viele Familien haben sogar die Rechte ihrer eigenen Eltern vernachlässigt? Ganz zu schweigen von den Nachbarn. Sie haben nicht beachtet, was die islamische Lehre über die Pflichten der Nachbarschaft sagt. Wer so handelt, hat keinen vollkommenen Glauben. Der ist ein Muslim, aber der hat keinen vollkommenen Glauben. Das bedeutet, bei Allah, er glaubt nicht. Also vollkommen. Bei Allah, er glaubt nicht. Bei Allah, er glaubt nicht. Also der Prophet, a.s.w. sagt über jemanden, dass er nicht vollkommen gläubig ist. Dann wurde gefragt, Man ya Rasulallah, wer, o Gesandter von Allah? Er antwortete, Derjenige dessen Nachbar nicht sicher ist vor seinem Schaden. Das bedeutet, sein Glaube ist nicht vollkommen. Wer, wer, derjenige, der seinem Nachbarn Schaden zufügt. Schaut mal in diesem Hadith schwört der Prophet Muhammad, a.s.w., obwohl niemand ihn dazu aufgefordert hat. Und wiederholt den Schwur, um die Bedeutung zu betonen. Er sagte also, Er meinte damit, dass der Glaube dieser Person unvollkommen ist. Solange die Person ihrem Nachbarn schadet, hat sie keinen vollkommenen Glauben im Herzen, bis sie bereut. Es bedeutet nicht, dass die Person überhaupt keinen Glauben hat, wenn sie ihrem Nachbarn Schaden zufügt. Sondern, das bedeutet, dass sie keinen vollkommenen Glauben hat. Es gibt viele Ratschläge, wie man mit Nachbarn umgehen sollte. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir einige davon nennen, um die Gemeinschaft zu mehr Zusammenhalt und Unterstützung zu ermutigen. Aisha, die Mutter der Gläubigen, möge Allah mit ihr zufrieden sein, erzählte, dass der Prophet Muhammad, a.s.w. sagte, Es bedeutet, der Engel Jibril hat mich so oft dazu aufgefordert, gut zum Nachbarn zu sein, dass ich dachte, er würde den Nachbarn zu einem Erben ernennen. Das wurde überliefert von Imam al-Bukhari und Imam Muslim. Aus diesem Hadith lernen wir, dass der Nachbar wie ein Erbe behandelt werden sollte. Also was Fürsorge und Nähe angeht. Man sollte sich um ihn kümmern, so wie man sich um seinen nächsten Verwandten kümmert und sorgt. Es gibt zwei Arten von Erbe, also zwei Arten von Miros. Einmal materielles und einmal nichtmaterielles Erbe. Das materielle Erbe bezieht sich auf das, was man Hinterlassenschaft nennt, was der Hinterlassenschaft entnommen wird. Und das nichtmateriale Erbe ist das Erbe des Wissens. Deswegen sind die islamischen Gelehrten die Erben der Propheten. Die Propheten haben kein Vermögen vererbt, sondern Ilm, Wissen. Und die Erben der Propheten sind die islamischen Gelehrten. Man kann auch hier erkennen, liebe Brüder und Schwestern, dass der Nachbar das Recht hat, von seinem Nachbarn das zu lernen, was er braucht. Also wenn dein Nachbar dich bittet, ihm etwas Notwendiges über die islamische Religion zu lehren und du das Wissen hast, dann bist du verpflichtet, es ihm beizubringen. Dann bist du verpflichtet, es ihm zu lehren. In Fathul Bari sagte Al-Hafiz ibn Hajar, der Begriff Nachbar, also Jar, im Arabischen umfasst Muslime und Nicht-Muslime. Vollkommene Muslime und sündige Muslime. Also derjenige, der einen vollkommenen Glauben hat, also der Rechtschaffende und der Sündige. Freunde und Feinde, Fremde und Einheimische, Nützige und Schädliche Nachbarn, Verwandte und Fremde und jene, die nah oder entfernt wohnen. Er sagt, sie haben unterschiedliche Stufen und jeder Nachbar sollte entsprechend seinem Stellenwert sein Recht erhalten. Es gibt drei Arten von Nachbarn. Jabir ibn Abdillah, möge Allah ihm gnädig sein, erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, al-jiranu salasa. Also es gibt drei Arten von Nachbarn. Jarullahu haqqun wahid, wa huwa adnal jirani haqqan. Ein Nachbar, der nur ein Recht hat. Und das ist der mit dem geringsten Recht unter den Nachbarn. Wa jarullahu haqqan. Ein Nachbar, der zwei Rechte hat. Wa jarullahu salasatu haqquq wa huwa afdalu al-jirani haqqa. Und ein Nachbar, der drei Rechte hat. Und es ist derjenige mit dem größten Recht. Fa amma al jarullahu lazi lahu haqqun wahid, fal jarul mushrik. La rahima lahu wa lahu haqqul jiwar. Also der Nachbar, der nur ein Recht hat, ist der nichtmuslimische Nachbar, der keine Verwandtschaftsverbindung hat. Ihm steht aber das Recht der Nachbarschaft zu. Wa amma al ladhi lahu haqqan, fal jarul muslim, la rahima lahu wa lahu haqqul islam, wa haqqul jiwar. Also derjenige, der zwei Rechte hat, ist der muslimische Nachbar ohne Verwandtschaft, der mit einem also nicht verwandt ist. Ihm stehen das Recht des Islam und das Recht der Nachbarschaft zu. Wa amma al ladhi lahu salasatu haqquq, fal jarul muslim, zu rahim lahu haqqul islam, wa haqqul jiwar, wa haqqul rahim. Derjenige, der drei Rechte hat, ist der muslimische Nachbar, der auch ein Verwandter ist. Ihm steht das Recht des Islam, das Recht der Nachbarschaft und das Recht der Verwandtschaft zu. Wa adna haqqil jar, wa adna haqqil jiwar, alla tu'ziya jaraka bi qutari qidirika illa an taqdaha lahu minha. Das bedeutet, das geringste Recht der Nachbarschaft ist, dass du deinen Nachbarn nicht durch den Geruch deines Essens belästigst, es sei denn, du gibst ihm etwas davon. Das wurde überliefert vom Hadith gelehrten Abu Nu'aym in Hiljatul Awliya. Am Ende sagte der Prophet Muhammad aleyhis salatu was salam, außer du, er lehrte uns, dass man den Nachbarn nicht belästigen soll, mit üblen Gerüchen, nicht mit Gerüchen, mit Essensgerüchen. Aber wenn man etwas kocht und der Geruch ist etwas stark und man gibt dem Nachbarn etwas davon, dann ist es nicht schlimm, weil man denkt ja auch an den Nachbarn. Also wenn man Fleisch grillt oder Fleisch kocht und es aus dem Topf schöpft oder aus etwas anderem und es dem Nachbarn gibt, dann ist es nicht schlimm, weil man an den Nachbarn denkt. Der Prophet Muhammad aleyhis salatu was salam hat seinem Gefährten Abu Zar al-Ghifari zu einer solch großartigen Wohltat geraten. Imam Muslim überlieferte, dass Abu Zar erzählte, dass der Prophet Muhammad aleyhis salatu was salam sagte, Ya Aba Zar, idha tabakhta maraqatan faakthir maaaha wa taaaha jiranaka O Abu Zar, wenn du eine Suppe kochst, mach mehr Wasser hinein und denk an deine Nachbarn. Also das Wasser, in dem Fleisch oder ähnliches gekocht wurde, das soll mehr sein. Und man soll etwas von den Nachbarn davon geben. Der Prophet befahl ihm, mehr Wasser hinzuzufügen, damit auch die Nachbarn davon profitieren können. Im Hadith wird dazu aufgerufen, die Nachbarn gut zu behandeln, besonders in schwierigen Zeiten wie heute. Es ist klar und deutlich, dass dies zu mehr Zusammenhalt, Harmonie und innerem Frieden führt. Der Prophet Muhammad aleyhis salatu was salam hat klar und deutlich betont, wie wichtig es ist, die Rechte der Nachbarn zu achten. Diese Pflicht gilt auch für Nachbarn, die nicht Muslime oder Frevler sind. Also auch wenn du nicht muslimische Nachbarn hast, haben sie ein Recht der Nachbarschaft, das du erfüllen musst, das du zu achten hast, das du nicht verletzen darfst. Das Gleiche gilt auch, wenn deine Nachbarn sündige Menschen sind. Achte darauf, dass du ihr Recht nicht verletzt. Mit dem guten Umgang erreicht man sehr viel. Durch guten Umgang könnte der Nicht-Muslim den Weg zum Islam finden. Und der sündige Nachbar, der zwar ein Muslim ist, aber ein Sündiger ist, der könnte, Jene, durch deinen guten Umgang von den falschen Taten sich abwenden. Deswegen achte darauf, Jene, dass du trotzdem das gute Nachbarschaftsleben einhältst. Hör die folgende Geschichte an. Im Buch Tarikh Baghdad des Gelehrten Al-Khatibul Baghdadi wird über Abdullah ibn Raja überliefert. Dass er sagte, Abu Hanifa hatte in Kufa einen Nachbarn, der ein Schuhmacher war. Dieser arbeitete den ganzen Tag und kehrte dann nachts nach Hause zurück. Er brachte entweder Fleisch mit, das er kochte oder einen Fisch, den er beratete. Und wenn er so viel Alkohol getrunken hatte, dass er dadurch betrunken wurde, sang er laut ein Gedicht. A-da-u-ni wa-ayya-fatan a-da-u li-yaum-i-ka-ri-hatin wa-sida-di-saghrin Also sie haben mich vernachlässigt. Und was für einen jungen Mann haben sie vernachlässigt? Jemanden, der für schwere Zeiten geeignet ist. Und er trank weiter und wiederholte dieses Gedicht, bis er einschlief. Abu Hanifa, der die ganze Nacht im Gebet verbrachte, hörte oft seine Geräusche und seine Stimme. Eines Tages hörte er nicht mehr diesen Mann. Er hörte ihn nicht mehr und fragte nach ihm. Man sagte ihm, dass der Schuhmacher vor einigen Tagen von den Wachen des Herrschers verhaftet und eingesperrt worden ist. Am nächsten Morgen betete Abu Hanifa das Morgengebet, stieg auf sein Reittier und ging zum Herrscher. Der Herrscher ließ ihn eintreten und hieß ihn herzlich willkommen. Er ließ ihn nicht mal absteigen. Er ließ ihn auf seinem Reittier zu sich bringen und so, dass er direkt auf dem Teppich des Herrschers war. Nachdem Abu Hanifa er abgestiegen war und sich setzte, fragte der Herrscher nach seinem Anliegen. Abu Hanifa sagte, ich habe einen Nachbarn, einen Schuhmacher, den die Wachen vor einigen Tagen festgenommen haben. Würde der Herrscher bitte seine Freilassung anordnen? Der Herrscher antwortete ja und alle, die in dieser Nacht verhaftet worden sind, auch. Er befahl die Freilassung aller Gefangener, die in jener Nacht gefangen genommen worden sind. Abu Hanifa bestieg sein Reittier, während der Schuhmacher ihm zu Fuß folgte. Als sie ankam, wandte sich Abu Hanifa diesem Schuhmacher zu und sagte, junger Mann, habe ich dich vernachlässigt? Der Schuhmacher sagte, nein, vielmehr hast du mich gut behandelt und die Rechte der Nachbarschaft geachtet. Möge Allah dich dafür belohnen. Der Mann bereute daraufhin seine Taten und kehrte nie wieder zu seinem alten Verhalten zurück. Also, das deutet darauf hin, dass der gute Umgang mit dem sündigen Nachbar dazu führen kann, dass der sündige Nachbar sein Verhalten verbessert und von seinem schlechten Verhalten ablässt. Möge Allah Abu Hanifa gnädig sein und uns die Kraft geben, Schlechtes mit Gutem zu vergelten. Lob gebührt Allah am Anfang und am Ende. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.